Hallo und herzlich Willkommen im Neuanfang-Podcast, dem Podcast für Transformation. Mein Name ist Sarah Heinen und ich bin hier, um all denen Mut zu machen, die das Gefühl haben, dass da draußen und in ihrem Inneren noch mehr auf sie wartet. Gehen musst du deinen persönlichen und spirituellen Herzensweg selber. Doch die Gespräche und Ideen in diesem Podcast stehen dir bei deiner Transformation zur Seite. Ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder dabei bist. Heute geht es um eine Frage, die ich von einer Zuhörerin bekommen habe. Und zwar geht es heute um den Umgang mit dem eigenen Umfeld, wenn man anfängt, sich weiterzuentwickeln und dieses Umfeld nicht so richtig begeistert reagiert. Das heißt, wenn es Gegenwind gibt, wenn du dich der persönlichen Weiterentwicklung widmest oder anfängst, dich mit Spiritualität auseinanderzusetzen, dann kann es schon mal sein, dass von Familie, Freunden, Kollegen nicht nur blöde Witze, sondern auch wirklich tatsächlich gegen wer kommt. Und genau darum soll es heute gehen. Und bevor wir in das Thema rein starten, gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es in deinem Leben ist und dass es dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein und das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Ja, und ich möchte die Gelegenheit in dieser Episode nutzen, um meinen Dank auszudrücken für mein Umfeld. Denn ich hatte das große Glück, dass bis auf wenige Ausnahmen mein Umfeld extrem positiv darauf reagiert hat, dass ich angefangen habe, mich mit mir selbst zu beschäftigen, was nämlich dann auch dazu geführt hat, dass ich meinen Job gekündigt habe und eben angefangen habe, wirklich mich zu fragen, was will ich und nicht, was wollen die anderen von mir oder was will die Gesellschaft von mir. Und dass, ja, mein Umfeld, sowohl meine Familie als auch meine Freunde da immer, ja, in den meisten Fällen mit Neugier drauf reagiert haben, mit Interesse. Und selbst wenn es sie mal nicht besonders interessiert hat, dann haben sie einfach gesagt, ja, du machst dein Ding und das ist gut so und haben einfach mich nach wie vor für das geliebt, für das sie mich auch schon vorher geliebt haben. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Vor allen Dingen, weil ich eben auch immer wieder bei anderen sehe, dass das absolut nicht selbstverständlich ist, dass das Umfeld einen in den eigenen, ja, in der eigenen Entwicklung, im eigenen Wachstum, in der eigenen Spiritualität, in den eigenen Träumen und Wünschen so bedingungslos unterstützt, wie es bei mir der Fall war und auch immer noch ist. Und wofür ich noch unglaublich dankbar bin, ist deine Unterstützung vom Neuanfang-Podcast. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, kannst du helfen, den Podcast noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Ganz einfach, indem du den Podcast abonnierst und eine Rezension und 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt. Außerdem hast du die Möglichkeit, Mitglied vom Team Neuanfang zu werden. Alle Mitglieder bekommen jeden Monat eine zusätzliche Episode vom Neuanfang-Podcast, die sonst nirgendwo zu hören ist, die Team Neuanfang-Episoden. In denen gebe ich Einblicke hinter die Kulissen des Podcasts, teile mit dir meine Erkenntnis des Monats, gebe dir Empfehlungen für Bücher und Podcasts, die dich weiterbringen können und antworte auf Fragen aus der Community. Alle Infos zum Team Neuanfang und den anderen Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen, findest du unter www.happyplanties.de. Und jetzt geht's wirklich los. Ja, ich hab's eingangs schon gesagt. Das ist heute eine Episode, die auf einer Hörerfrage basiert und zwar von der lieben Susann, die den Podcast, glaube ich, noch gar nicht so lange hört, aber sehr, sehr fleißig immer wieder auch teilt, dass sie ihn hört, die mit dem Podcast immer wieder laufen geht und zwar nicht mal so einmal um Block, sondern richtig lange Strecken. Ihr könnt das bei ihr auf Instagram sehen. Ich verlinke sie immer wieder auch mal in meinen Storys und ich hatte auf Instagram dazu aufgerufen, Fragen oder Themenwünsche für den Podcast einzureichen und ich hab mir gedacht, die Frage von Susann, die wird auf jeden Fall viele von euch da draußen beschäftigen. Die Frage, wie gehe ich mit meinem Umfeld um, wenn es Gegenwind bezüglich meines Wachstums und meiner Spiritualität gibt. Und genauso wie Susann kannst du mir natürlich jederzeit gerne, ganz egal, ob ich gerade aktuell dazu aufrufe oder nicht, Themenwünsche und Fragen für den Podcast schicken und vielleicht wird dann eine der nächsten Episoden die Antwort auf genau deine Frage sein. Und glaub mir, wenn du die Frage hast, haben sie wahrscheinlich auch noch viele andere. Und insofern trau dich, die Frage zu stellen, schick mir auf Instagram eine Direktnachricht oder kontaktiere mich auf Facebook oder schick mir eine E-Mail. Du findest auf jeden Fall den Weg zu mir, wenn du mir deine Themenwünsche oder deine Fragen schicken möchtest. Und außerdem möchte ich an dieser Stelle auch noch Danke sagen an die Susann, nicht nur, weil sie so fleißig über den Podcast teilt, sondern auch, weil sie seit Neuestem zum Kreis der Unterstützer des Neuanfang-Podcasts gehört, zum Team Neuanfang. Und eben für dieses Team Neuanfang gibt es, falls du das noch nicht mitbekommen hast, aber ich hab's ja eigentlich gerade hier im Vorspann sozusagen gesagt, dass es für dieses Team Neuanfang eine exklusive Podcast-Episode im Monat gibt, die hier in dem öffentlichen Podcast nicht zu hören ist, sondern die wirklich nur für die Unterstützer des Neuanfang-Podcasts ist. Und diese Team Neuanfang-Episoden, auch da gehe ich auf Fragen aus der Community ein, wenn es sie denn gibt. Und vor allen Dingen teile ich da ja meine Erkenntnis des Monats, ein Blick hinter die Kulissen des Podcasts und ja, das, was mich gerade so bewegt und außerdem die Bücher, die ich gelesen habe, die Filme, die ich gesehen habe, die Podcasts, die ich gehört habe, was auch immer auch zu deinem Wachstum und zu deiner Weiterentwicklung beitragen könnte, das teile ich in diesen Neuanfang-Episode mit dir. Und wenn du die hören möchtest, dann komm mit ins Team Neuanfang und die Infos dazu hast du ja gerade im Vorspann schon gehört. So, jetzt ist aber wirklich Schluss mit dem Werbeblock, jetzt widmen wir uns der Frage von Susanne. Und es war ganz spannend, das Universum, ja, Zufälle gibt es ja nicht. Diese Woche hat auch die liebe Wanda Badwal, die auch hier im Podcast schon im Interview zu Gast war, vor, puh, schon über ein Jahr her, das war, als ich in Bali war letztes Jahr. Ich werde dir das Interview mal in den Shownotes verlinken. Die liebe Wanda hat mit einer Freundin zusammen diese Woche auf Instagram ein Live genau zu diesem Thema gemacht. Und ja, wie gesagt, es gibt ja keine Zufälle, sondern wirklich echt irgendwie so ein paar Stunden, nachdem die Entscheidung gefallen war, ich mache die Podcast-Episode zu dem Thema, kam das live von Wanda und ihrer Freundin. Und ich habe da nochmal ein paar neue Gedanken auch mitgenommen, die ich hier auch habe einfließen lassen, weil sie sich einfach wunderbar mit dem ergänzt haben, was ich eh hier sagen wollte. Und was sich hier in der Episode heute erwartet, ist im Prinzip eine Mischung aus, ja, sagen wir mal, inspirierenden oder vielleicht auch teilweise philosophischen Gedanken und aber auch ganz konkreten Tipps, wie du mit deinem Umfeld umgehen kannst. Das heißt, egal, ob jetzt das Thema gerade neu für dich ist, ja, ob es gerade zum ersten Mal aufgetaucht ist, dass du Gegenwind spürst aufgrund deiner eigenen Weiterentwicklung oder wenn du sagst, ist für mich gar nicht neu, dann kannst du aus diesen inspirierenden Gedanken sicher auch noch das ein oder andere für dich mitnehmen, wenn du ja sozusagen schon länger dabei bist. Und wenn du vielleicht zu den gesegneten Menschen gehörst, die diesen Gegenwind nie gespürt haben oder die vielleicht noch nicht an den Punkt gekommen sind, wo dieser Gegenwind aufgetaucht ist, dann fragst du dich vielleicht, was genau passiert, aber eigentlich kann man es sich auch denken. Wenn du anfängst, dich mit persönlicher Weiterentwicklung zu beschäftigen oder eben mit dem Thema Spiritualität, oft geht das ja auch Hand in Hand, dann veränderst du was. Und auf diese Veränderung gibt es aus deinem Umfeld eine Reaktion. Wenn es gar keine Reaktion gibt, weder positiv noch negativ, dann würde ich mich vielleicht auch fragen, wie viel dein Umfeld von dir mitbekommt, aber das soll jetzt nicht im Fokus stehen, sondern was wir uns heute angucken wollen, sind im Prinzip zwei verschiedene Fälle. Der eine ist, dein Partner, deine Freunde, deine Familie, deine Kollegen, die reagieren auf deine Veränderung und oft vielleicht mit Vorwürfen. Ja, dann fallen so Sätze, du hast dich verändert, du bist nicht mehr, wer du mal warst, du bist nicht mehr meine Sarah, meine wer auch immer. Und du hast nur noch dieses Thema XY im Kopf, nur noch deine Weiterentwicklung, nur noch deine Seminare oder nur noch dein Yoga oder womit auch immer du angefangen hast und du hast keine Zeit mehr für mich. Das sind so typische Vorwürfe, die da kommen. Das ist der eine Fall, den wir uns anschauen. Und der andere Fall ist, wenn du das Gefühl hast, dass dein Umfeld dich nicht versteht. Ja, wenn das Verständnis für deine neuen Prioritäten nicht da ist, wenn das Verständnis für deine Herausforderungen, die du gerade vielleicht zu bewältigen hast, nicht da ist, für die wunderschönen Erlebnisse, die du vielleicht hast, wenn du dich einfach insgesamt unverstanden fühlst. Das heißt, wenn es vielleicht jetzt weniger Anfeindungen oder Vorwürfe aus deinem Umfeld sind, sondern einfach, dass da eben kein Verständnis da ist, du dir aber Verständnis wünschst. Das sind im Prinzip die zwei Richtungen, in die es gehen kann, die ich so in ganz winzig kleinen Ansätzen aus meinem Umfeld kenne. Wie gesagt, mir ging es da sehr, sehr gut oder geht es sehr, sehr gut, aber eben auch aus dem Gespräch mit anderen Leuten. Und ich persönlich habe diese ganze Erfahrung viel mehr eigentlich noch mit dem Thema vegane Ernährung durchgemacht. Das war für mich sozusagen das Trainingscamp für die Zeit, in der ich dann angefangen habe, mich mit persönlicher Weiterentwicklung und Spiritualität zu beschäftigen. Das heißt, ich habe all das, was man auch bei diesem Thema erleben kann, schon beim Thema vegane Ernährung erlebt und da eben auch ein bisschen deutlicher. Und aus dieser Zeit und den Erfahrungen, die ich da gemacht habe, aber eben auch aus Gesprächen mit anderen, weiß ich, dass das so ein bisschen in Phasen verläuft oder vielleicht kann man eher sagen, eine Pendelbewegung ist. Ja, das heißt, erst ist da das Bedürfnis, dich komplett abzugrenzen, weil einfach diese Vorwürfe da sind, weil du dich unverstanden fühlst oder dass dein Umfeld tatsächlich sich auch aktiv von dir abgrenzt, weil sie mit dir nichts mehr anfangen können. Das heißt, erst mal geht es um eine Abgrenzung, egal ob sie bewusst oder unbewusst und ob sie von dir ausgehend oder von deinem Umfeld ausgehend ist. Und dann aber schwingt das Pendel meistens auch zurück, wo man eben wieder anfängt, sich zu verbinden. Das können die gleichen Menschen sein, das können andere Menschen sein, das kann eine andere Qualität von Beziehungen sein. Das heißt, ich glaube, es braucht oft erst mal diese Abgrenzung, die vielleicht auch nur temporär ist, um dann später auf einer anderen Basis, auf einer neuen Basis wieder zusammen zu kommen oder sich an das zu erinnern, was eh auch schon vorher da war. Und man kann es tatsächlich mit dem Thema Ernährung ganz gut vergleichen. Wenn du anfängst, deine Ernährung umzustellen, wenn du anfängst, dich gesünder zu ernähren, mehr von Obst und Gemüse, frischen Lebensmitteln, dann wirst du wahrscheinlich am Anfang erst mal versuchen, den Kontakt zu ungesunden Lebensmitteln so gering wie möglich zu halten. Du räumst vielleicht deine Speisekammer aus und du gehst nicht mehr in die entsprechenden Restaurants, weil du weißt, in dem Moment, wo du diesen Sachen ausgesetzt bist, fällt es dir schwerer, bei deiner gesunden Ernährung zu bleiben. Und es ist einfach entspannter, wenn du nicht mit diesen Dingen konfrontiert wirst. Und dann kommst du aber irgendwann an den Punkt, wo du selbst mit deiner neuen Gewohnheit, mit deiner neuen Ernährung so gefestigt bist, so entspannt bist und eben auch diesen Punkt überwunden hast, wo du dich dazu zwingen musstest, sondern wo es dir Spaß macht, wo es dir schmeckt und wo du einfach zu Hause bist in dieser neuen Ernährung. Und dann kannst du auch wieder viel entspannter in Kontakt treten mit ungesunden Lebensmitteln. Sei es, dass du dir vielleicht ab und zu mal was gönnst, ohne das Gefühl zu haben, immer in Anführungsstrichen rückfällig zu werden. Oder aber auch, dass du mit anderen Menschen zusammen bist, die vielleicht was Ungesundes essen und du ganz entspannt sagen kannst, ich habe da überhaupt keinen Bock mehr drauf. Das einfach mal so als bildlichen Vergleich dazu, wie die Entwicklung eben auch laufen kann, wenn du anfängst, sich mit persönlicher Weiterentwicklung oder Spiritualität zu beschäftigen. Dass es vielleicht am Anfang erstmal für alle Parteien einfacher und gesünder ist, ein bisschen auf Abstand zu gehen und dass dann aber auch die Verbindung wieder entstehen kann, wenn du einfach so ein bisschen in dem Thema angekommen bist, wenn du ein bisschen entspannter bist. Und da kommen wir auf jeden Fall auch später noch drauf zu sprechen, dass du mit Sicherheit auch Teil deines Weges sein wird. Also nicht nur der natürliche Lauf sozusagen der Dinge, sondern auch Teil deiner in Anführungsstrichen Aufgabe in deiner persönlichen Weiterentwicklung. Und wir werden gleich darauf zu sprechen kommen, was du mit den Menschen machen kannst, wo du die freie Wahl hast, ob du Zeit mit denen verbringst. Und wir schauen uns natürlich auch an, was du im Umgang mit Menschen tun kannst, wo du vielleicht nicht die Wahl hast. Aber vorher möchte ich dir gerne so ein paar generelle Do's und Don'ts mitgeben. Dinge, die ich dir einfach ans Herz legen mag, die zu tun oder eben nicht zu tun. Und als Einleitung dazu möchte ich dir ans Herz legen, erst einmal zu versuchen zu verstehen, warum das passiert. Warum der Gegenwind aus deinem Umfeld da ist. Du kennst, wenn du angefangen hast, dich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen, sehr wahrscheinlich das Zitat von Jim Rohn. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und das gilt nicht nur dafür, dass du dir idealerweise ein Umfeld schaffst, was dich beflügelt, sondern das gilt sozusagen ja auch umgekehrt als Erklärung, warum die Menschen in deinem Umfeld mit Gegenwind reagieren könnten. Und natürlich tun sie das nicht bewusst, weil sie dieses Zitat kennen. Vermutlich kennen sie es nämlich gar nicht. Sondern sie reagieren unbewusst auf die Veränderungen in ihrem Umfeld, weil sie einfach wissen, wenn du dich veränderst, dann hat das einen Einfluss auf sie selbst. Und es kann sein, dass das Umfeld erstmal nur mit Skepsis reagiert, die vielleicht gar nicht so gravierend ist und dass sich diese Skepsis auch schnell wieder legt. Einfach, du machst was Neues, das ist ungewohnt, da ist erstmal Skepsis da, weil Veränderung bei den meisten Menschen erstmal Skepsis auslöst, aber oft legt sich das ganz, ganz schnell. Wenn du aber merkst, es legt sich nicht, sondern es wird vielleicht sogar schlimmer oder es dauert an, dann können da verschiedene Dinge dahinter stecken. Einmal kann es einfach eine Sorge um dich sein, dass wirklich die Menschen, die dich lieben, Sorge um dich haben. Und das sind natürlich oft vor allen Dingen die Eltern. Das heißt, wenn du zum Beispiel anfängst, deinen eigenen Weg zu gehen, wenn du vielleicht auf die Idee kommst, deinen Job zu kündigen, so wie ich das gemacht habe, dann machen sich die Eltern vielleicht Sorgen, weil wegen deiner Jobchancen oder wegen deiner finanziellen Sicherheit, das sind generell so Themen, wo Eltern sich Sorgen drum machen, gerade wenn vielleicht deine Eltern auch noch zur Nachkriegsgeneration gehören, dann war für die Sicherheit einfach einer der wichtigsten Werte. Das heißt, schau einfach erstmal hin und frag auch, warum der Gegenwind kommt und vielleicht steckt einfach auch eine Sorge dahinter. Das heißt, es ist einfach ein Ausdruck der Liebe, die diese Menschen für dich empfinden. Und dann ist das ja eigentlich was Wunderschönes und dann ist das meistens auch was, was man durch Gespräche lösen kann. Zu den Gründen, die sozusagen ein bisschen trickier sind, warum dein Umfeld mit Vorwürfen oder mit Ablehnung auf deine Weiterentwicklung reagieren könnte, ist die eigene Unsicherheit, die vielleicht da ist. Das heißt, dein Umfeld, deine Freunde, deine Kollegen, deinen Partner, deine Familie könnten denken, du würdest dich für was Besseres halten, weil du jetzt was anderes machst. Vor allen Dingen, wenn du einfach auch eine große Begeisterung dafür zeigst. Und eigentlich geht es aber dann gar nicht darum, ob du dich tatsächlich für was Besseres hältst oder nicht, sondern eigentlich eher darum, dass dein Gegenüber sich für etwas Schlechteres hält. Dass da einfach so ein bisschen der Selbstwert fehlt und dass aus diesem Selbstwert heraus der Rückschluss sozusagen entsteht, dass du dich für was Besseres halten würdest, auch wenn du es vielleicht gar nicht tust. Das ist ein Grund, warum mit Ablehnung reagiert werden kann. Ein zweiter Grund ist einfach die Angst vor dem Unbekannten. Angst davor, dich vielleicht zu verlieren, weil du jetzt vielleicht neue Freunde triffst durch die neuen Interessen, die du hast oder weil du vielleicht einfach nicht mehr passend bist für die entsprechende Freundschaft, für die entsprechende Beziehung. Oder es ist die Angst auch vor der eigenen Veränderung. Das heißt, die Menschen, die auf Veränderungen mit großer Ablehnung reagieren, die haben oft eben Angst davor, dass sich ihr eigenes Leben verändert. Ganz egal, ob sie einfach Angst davor haben, hinzuschauen. Angst davor haben, hey, wenn ich hinschaue, dass mein Job eigentlich scheiße ist, dann muss ich was verändern und davor habe ich Angst. Oder aber auch, dass vielleicht sogar insgeheim der Wunsch da ist, selbst etwas im eigenen Leben verändern zu wollen. Zum Beispiel auswandern zu wollen, den Traum insgeheim zu hegen, den aber schön verschlossen in sich zu halten, weil man weiß, dass einfach dieser Traum wahnsinnig viel Veränderung mitbringen würde. Und dass vielleicht sogar sowas ähnliches wie Neid dadurch entsteht, weil du jetzt den Schritt gewagt hast, dein Leben zu verändern. Und dass natürlich den Menschen den Spiegel vorhalten kann, wenn das bei denen so ist, dass sie diese geheimen Träume und Wünsche haben oder eben diese Angst vor der eigenen Veränderung. Dann zeigst du ihnen, hey, es ist möglich. Ich kann mein Leben verändern. Und wenn ich das kann, dann kannst du das auch. Und das ist halt eine Situation, in der die Menschen sozusagen dazu gezwungen werden, aufs eigene Leben zu schauen und sich selber Fragen zu stellen, die sie sich vielleicht vorher nicht stellen wollten, vor denen sie vorher davongelaufen sind. Und das ist so die andere Richtung, in die das Ganze gehen kann. Und alleine schon diese Dinge sich mal durch den Kopf gehen zu lassen, ohne jetzt da auch vielleicht wahnsinnig viel reinzudeuten, sondern lieber auch in eine Kommunikation zu gehen mit deinem Umfeld und zu fragen, woran es liegt, dass diese Abwehr da ist, wenn du zumindest das Gefühl hast, dass die Basis für diese Kommunikation gegeben ist. Aber aufs Thema Kommunikation kommen wir gleich noch. Aber dass du einfach für dich verstehst, es gibt Gründe, warum die Menschen so reagieren. Und das sind in den allermeisten Fällen keine Gründe, die persönlich gegen dich als Mensch gehen, sondern die meistens mehr über die andere Person aussagen, als über dich aussagen. Kommen wir jetzt mal zu den Do's und Don'ts. Fangen wir mit den Don'ts an. Das wichtigste Don't. Bitte versuch nicht, irgendwen zu verändern. Versuch nicht, weil du so unglaublich begeistert bist von dem, was du für dich selbst entdeckt hast, dein ganzes Umfeld mit verändern zu wollen. Du kannst keinen anderen Menschen verändern. Du kannst nur dich selbst verändern. Du kannst andere Menschen inspirieren, aber du wirst sie nicht aktiv zu einer Veränderung bewegen können. Und das sich zu Herzen zu nehmen, fällt manchmal unglaublich schwer. Gerade wenn man das Gefühl hat, das eigene Leben revolutioniert sich gerade und man möchte das so, so gerne mit dem Umfeld teilen. Auch wieder was, was ich schmerzhaft erfahren musste, gerade beim Thema vegane Ernährung. Missionieren funktioniert nicht. Und der beste Weg, Menschen zu vertreiben aus deinem Leben, ist zu missionieren. Und das ist eben egal, ob es sich um vegane Ernährung handelt oder Persönlichkeitsentwicklung oder Spiritualität. Versuch dich selber mal rein zu versetzen, ob dir das im Leben mal passiert ist, dass jemand versucht hat, dir irgendwas aufs Auge zu drücken. War es jetzt vielleicht eine neue Sportart, die derjenige angefangen hat? Oder dass derjenige, keine Ahnung, einen neuen Urlaubsort entdeckt hat? Oder irgendein Buch, was ihn total begeistert hat? Ein Film? Ja, das können so ganz kleine Sachen sein. Können natürlich auch größere Sachen sein. Dass, wenn jemand jetzt Yoga für sich entdeckt hat und dir das schon vor fünf Jahren gesagt hast und du vor fünf Jahren gesagt hast, so, äh, hau mir ab damit, ja, du es aber jetzt vielleicht für dich entdeckt hast, versetz dich nochmal zurück in diese Lage. Hättest du dich verändert, weil jemand anders dir eine Veränderung missionarisch aufs Auge drücken würde, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, nein. Also, erinnere dich immer daran und besinne dich darauf, dass du niemanden verändern kannst. Überzeuge lieber mit Ergebnissen anstatt mit Worten um dich zu werfen. Das heißt, wenn du jetzt angefangen hast, dich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen und du hast angefangen, Riesenveränderungen in deinem Leben zu machen, dann erzähl nicht davon, sondern mach einfach diese Veränderungen, so sehr du den Wunsch auch hast, das mit anderen zu teilen. Teile es mit Menschen, die offen dafür sind. Aber bei den Menschen, wo du das Gefühl hast, da ist einfach eine Skepsis da, dann prahl sozusagen nicht damit rum, auch wenn es sich für dich nicht wie Prahlen anfühlt, aber trag es eben nicht wie ein riesiges Transparent vor dir her, sondern mach es einfach. Und wenn du dann in einem Jahr oder zwei Jahren vielleicht einfach ein total ausgeglichener, entspannter und glücklicher Mensch bist, du strahlst das ja natürlich auch aus. Und dann kommen vielleicht diese Menschen zu dir zurück und fragen dich, was hast du gemacht, dass es dir so gut geht? Was ist dein Geheimnis? Wenn du ihnen aber jetzt versuchst, dieses in Anführungsstrichen Geheimnis aufs Auge zu drücken, wenn sie noch nicht dafür bereit sind, dann wird das wahrscheinlich eben eher im Gegenwind umschlagen. Predige einfach niemals, auch wenn du unglaublich begeistert bist von dem, was du für dich selbst entdeckt hast. Und wenn du darüber sprichst, dann sprich immer nur von dir. Sag nie so Dinge wie, ja, das würde dir auch total gut tun oder das gefällt dir sicher auch, sondern sprich von deinem Erlebnis. Sprich von, das hat mich so viel entspannter gemacht oder das begeistert mich so sehr. Sprich von dir, sprich von deinen Erlebnissen und geh nicht davon aus, dass das, was für dich richtig ist, eben auch für den anderen richtig ist. Und wie gerade schon gesagt, vergiss nicht, wo du herkommst. Ja, du warst irgendwann auch mal an dem Punkt, wo du dich für diese Dinge, für die du dich heute interessiert hast, überhaupt nicht interessiert hast. Vielleicht war es sogar so eben, dass jemand dir damals schon davon erzählt hat und du damals gesagt hast, du, nee, das ist nichts für mich. So war es zum Beispiel bei mir mit veganer Ernährung. Dass die Freundin von meinem Bruder zwei, drei Jahre, bevor ich angefangen habe, mich vegan zu ernähren, das für sich einfach mal eine Weile ausgetestet hat und ich damals gesagt habe so, boah, nee, ich könnte das ja nicht, irgendwie auf Joghurt verzichten und so, geht gar nicht. Naja, und ein paar Jahre später habe ich es selber gemacht, weil es ein paar Jahre später dann für mich passend war. Und das gilt eben genauso für Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität. Außerdem denke ich, dass es wichtig ist, dass du dich nicht, auch wenn du gerade unglaublich begeistert davon bist und das einen großen Teil deines Lebens und Denkens und Fühlens ausmacht, dass du dich nicht ausschließlich darüber definierst. Denn du hattest ja ein Leben, bevor du angefangen hast, dich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und auch wenn es sich für dich jetzt wie ein neues Leben anfühlt, hast du ja mit den Menschen in deinem Umfeld eine Geschichte vor diesem Punkt. Das heißt, du hast sicher auch Themen. Ihr habt eine gemeinsame Basis. Ihr habt Gesprächsthemen. Und erinnere dich daran und definiere dich eben nicht nur über das, was du neu für dich entdeckt hast. Und eine wichtige Sache noch, die ich hier mitgeben mag, die ich auch vor allen Dingen durch das Vegan-Thema gelernt habe, verliere deinen Humor nicht. Ja, das heißt, wenn jemand mal einen blöden Witz macht, weil du schon wieder zum Yoga gehst, wenn das in einem verträglichen Rahmen abläuft und nicht wirklich als Angriff zu werten ist, dann lach mit. Ja, und lach darüber, dass du vor drei, vier Jahren vielleicht noch gedacht hast, was ist ein Yoga für ein komischer Verbiegungssport. Und ja, verliert er deinen Humor nicht. Und mit Humor kann man so viele Situationen entspannen. Wie gesagt, wenn es in einem verträglichen Maße bleibt, wenn es Richtung Mobbing läuft, dann muss natürlich was tun und dann geht es um das Grenzen setzen. Aber auch da kommen wir gleich noch drauf. Ich merke schon, das wird, glaube ich, heute eine ziemlich lange Episode. Und das wichtigste Don't, was ich dir mitgeben mag, und das ist gleichzeitig auch das Schwierigste, ist, du möchtest von anderen nicht dafür beurteilt werden, dass du was Neues angefangen hast, dass du dich veränderst. Und oft tendieren wir aber genau in dem Moment dazu, die anderen zu beurteilen. Sie nämlich dafür zu beurteilen, dass sie nicht das Gleiche machen wie wir. Und gerade, wenn du am Anfang dieses Weges stehst, ganz egal, in welche Richtung genau er für dich geht, vermutlich, weil ganz ehrlich, ich habe es bei den allermeisten Menschen und eben auch bei mir selber festgestellt, wenn du am Anfang einer solchen Veränderung stehst, dann glaubst du immer, du hast die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und dann glaubst du, dass der Weg, den du für dich entdeckt hast, der ist, den alle anderen gehen müssten. Was ganz klar ist, dass du das denkst, weil natürlich du vor deinem eigenen System, vor deinen eigenen alten Überzeugungen sozusagen verteidigen musst, dass das jetzt der richtige Weg ist. Und manchmal ist es auch so ein bisschen, glaube ich, eher Selbstverstärkung und Selbstrückversicherung, dass man anderen Menschen den eigenen Weg aufdrücken möchte, um sich selbst zu vergewissern, dass es der richtige Weg ist. Aber es gibt in diesem Falle kein richtig und falsch. Und wenn du aber dazu neigst, dann machst du eben genau das, was du möchtest, dass andere nicht mit dir machen, eben die Verurteilung, die Beurteilung. Stell dich nicht höher als andere, weil du jetzt angefangen hast, dir deine Vergangenheit anzuschauen oder weil du angefangen hast, eben zu meditieren. Es gibt keinen Weg, der besser oder schlechter ist. Sie sind nur anders, die Wege. Und manchmal ist auch einfach das Timing nur anders. Und auch wenn es sich eben für dich so anfühlt, dass es jetzt der einzige richtige Weg auf dieser Erde ist, dann muss es nicht für die andere Person auch der richtige Weg sein. Der Weg dieser Person sieht vielleicht ganz, ganz anders aus oder mit ziemlicher Sicherheit sieht der Weg dieser Person ganz, ganz anders aus. Und du bist eben nicht, und ich sage es dir jetzt einfach so gerade raus, du bist nicht erleuchtet, ja. Du bist nicht erleuchtet, weil du angefangen hast zu meditieren, zum Yoga zu gehen, dich weiterzuentwickeln, deinen Job zu kündigen, deine Vergangenheit aufzuarbeiten. Das ist nicht Erleuchtung. Das ist vielleicht der Weg, der irgendwann zur Erleuchtung führt, aber du hast damit kein Recht, dich in irgendeiner Form auf ein Podest zu stellen gegenüber deinem Umfeld. Und das sage ich jetzt sehr krass, oft ist das natürlich nicht so krass, aber bitte frag dich das einfach mal, inwiefern du denkst, dass dein Weg der richtige ist und der Weg, den die anderen gehen, eben nicht richtig ist. Ich sage dir ganz ehrlich, ich erwische mich dabei heute immer noch, immer wieder, obwohl ich jetzt schon eine Weile auf diesem Weg unterwegs bin und viel mich mit dem Thema, ja, judgment-free, also beurteilungsfrei denken und handeln und kommunizieren auseinandergesetzt habe. Ich erwische mich immer noch wieder dabei, dass ich mir denke, warum machen das nicht alle anderen auch, ja. Und das ist eben nicht nur persönliche Weiterentwicklung und Spiritualität, sondern zum Beispiel auch, ne, Thema Nachhaltigkeit, vegane Ernährung und so weiter. Da muss ich mir immer wieder, ja, eingestehen, dass es auch da bei mir Momente immer noch gibt und wahrscheinlich auch noch eine Weile lang geben wird, wo ich andere beurteile. Und wärst du tatsächlich da, dass du erleuchtet bist, dann wäre es dir gleichgültig, wie dein Umfeld sich mitentwickelt oder nicht mitentwickelt. Und gleichgültig ist hier wirklich wörtlich zu nehmen, ja. Es ist beides gleichgültig, ganz egal, ob die Menschen in deinem Umfeld sich auch verändern oder nicht verändern. Das ist der eigentliche Weg zur Erleuchtung, glaube ich jedenfalls. Ist nur meine Meinung. Was ich dir aber sagen kann, ist, wenn du andere Menschen, die Menschen in deinem Umfeld verändern willst, wenn du das Bedürfnis hast, weil du dich selbst veränderst, auch diese Menschen zu verändern. Und das fängt meiner Ansicht schon damit an, dass du ihnen deine Veränderung ständig unter die Nase reibst. Wenn du das tust, dann machst du eigentlich genau das, was die anderen auch tun, indem sie wollen, dass du dich nicht veränderst. Nämlich ganz egal, aus welcher Position du es betrachtest, aus deiner Position, der Position, die sich verändert und möchte, dass die anderen mitgehen, ist eigentlich im Endeffekt genau das Gleiche wie aus der Position deines Umfeldes, die sich nicht weiterentwickeln und die sehen, wie du weggehst, sozusagen in Anführungsstrichen, die nicht wollen, dass das passiert. In beiden Fällen, auch wenn du dein Leben veränderst, möchtest du in dem Moment eigentlich, dass dein Umfeld sich nicht verändert beziehungsweise mit deiner Veränderung eben mitzieht. Und insofern, ja, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Und ein letzter Gedanke, den ich dir zu dem Thema noch mitgeben möchte, den ich, wir waren am letzten Wochenende auf der Yoga-Konferenz hier in Köln und war da bei einem Workshop und wir haben eine Zweierarbeit gemacht in dem Workshop und die Person, die mir gegenüber saß, hat mir einen ganz, ganz interessanten Gedanken mitgegeben und den ich gerne hier an der Stelle, weil er passt, mit dir teilen möchte. In dem Moment, wo ich anderen Menschen einen Stempel aufdrücke, in dem Moment, wo ich andere Menschen beurteile, zum Beispiel dafür, dass sie meiner Veränderung gegenüber nicht offen sind und ihnen sozusagen in Anführungsstrichen vorwerfe, ob ich es jetzt aktiv tue oder nur in meinen Gedanken, dass sie borniert sind, dass sie spießig sind, dass sie unflexibel sind, wie auch immer das Wording sein mag, Mit diesem Label, was ich auf die Person drauf packe, mache ich eine Türe zu. Und zwar eine Türe für die Veränderung dieser Person. Deine Gedanken und deine Worte kreieren deine Realität. Das heißt, wenn du denkst oder aussprichst, dass du enttäuscht davon bist, dass dein Umfeld sich nicht mitentwickelt, dann schiebst du im Prinzip der Veränderung deines Umfeldes einen Riegel vor. Im Gegenteil, wenn du dann einfach offen bleibst und sagst, okay, ich verändere mich und es ist okay für mich, wenn die Menschen sich jetzt hier im Moment nicht mitverändern, dann lässt du ihnen aber eben den Raum, das zu einem anderen Zeitpunkt zu tun und wieder auf dich zuzukommen. Aber wenn du wirklich wortwörtlich da diese Tür zwischen euch schließt, indem du da eben Vorwürfe aussprichst oder eben Vorwürfe zumindest denkst oder enttäuscht bist, dich unverstanden fühlst und so weiter und so fort, dann ist da einfach diese Tür, die oft dann das Nachziehen oder das Mitgehen der Person vielleicht unmöglich oder zumindest schwieriger macht. Das mag ich dir als abschließend Gedanken zu dem Thema mitgeben. Beurteile andere nicht, wenn du nicht für deine Veränderung beurteilt werden möchtest. Und dann kommen wir zu den Do's. Das waren die Don'ts, jetzt kommen die Do's. Das wichtigste Do, meiner Ansicht nach, ist dein Leben, deine Entscheidungen. Gerade wenn es vielleicht in der Vergangenheit anders war und du viel nach den Erwartungen anderer Menschen, den Anforderungen anderer Menschen gelebt hast, ist es umso wichtiger, dass du das für dich einfach fest zementierst. Dass für dich klar ist, das ist mein Leben, also treffe ich meine Entscheidungen. Und dass du bei dieser Grundhaltung bleibst, eben vor allen Dingen, wenn es in der Vergangenheit anders gewesen ist. Weil dann bist du natürlich umso gefährdeter, wieder dahin zurückzufallen, eben eher wieder auf das zu hören, was andere Menschen von dir wollen, von dir erwarten, gerade wenn vielleicht eben der Gegenwind da ist, als dass du einfach jetzt wirklich das machst, was dir gut tut, was für dich wichtig ist, was du möchtest. Fall da nicht hinter die getroffene Entscheidung zurück, dass du dein Leben jetzt so kreierst, wie du es erschaffen möchtest. Und gleichzeitig darfst du aber eben auch erkennen, und das habe ich eben schon mal kurz angeschnitten, wenn du dein Leben veränderst, dann wird sich auch dein Umfeld verändern. Dein Umfeld gehört nun mal zu deinem Leben dazu. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Und du kannst nicht erwarten, dass du dein persönliches, dein Ich, sei es jetzt im Innen oder dann eben auch mit Auswirkungen auf das Außen, einmal komplett umkrempelst und dass in deinem Umfeld aber alles so bleibt, wie es bisher war. So, das funktioniert nicht. Und natürlich, ja, eigentlich wünschst du dir, dass dein Umfeld sich mitentwickelt. Aber da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Aber was natürlich hinter der Angst steckt, dass dein Umfeld sich nicht mitentwickelt, ist, dass du diese Menschen gehen lassen musst, dass du Menschen verlieren wirst, dass einfach dein Umfeld, also wirklich die Personen in deinem Umfeld sich verändern. Und mir hilft ja immer sehr das Bild eines Zuges. Du fährst mit einem Zug durch dein eigenes Leben und manchmal steigen eben Menschen in diesem Zug ein, die fahren eine sehr, sehr lange Strecke mit dir und steigen dann erst wieder aus. Oder vielleicht fahren sie bis auch an dein Lebensende mit dir mit. Und dann gibt es Menschen, die steigen einfach für ein, zwei Stationen ein und dann können sie aber auch wieder aussteigen. Dann darfst du sie gehen lassen und diese Menschen sind frei aus deinem Leben, in Anführungsstrichen, auszusteigen. Und wie das mit den unterschiedlichsten Menschen in deinem Umfeld aussehen kann, da sprechen wir gleich noch drüber. Wozu ich dich an dieser Stelle in den Doos, aber von ganzem Herzen einladen mag, ist dir möglichst schnell auf dem Veränderungswege, ganz egal in welche Richtung, ob jetzt Richtung Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung oder was auch immer, was ich dir da mitgeben möchte, ist, dass du dir möglichst früh die Weltsicht aneignest. Jeder Mensch, der dir in diesem Zug deines Lebens begegnet, ist dein Lehrer. Jeder Mensch, der dir begegnet, jeder Mensch, der dir auch gerade vielleicht Gegenwind entgegenbringt, begreif ihn als Lehrer. Begreif ihn nicht als Feind oder nur als Freund, sondern auch jeder Freund ist ein Lehrer. Deine Eltern, deine Geschwister, dein Partner, deine Kollegen, alle diese Menschen in deinem Umfeld können Lehrer für dich sein. Und es gibt so ein paar Lektionen, die ich für mich in den letzten Jahren durch die Lehrer in meinem Umfeld gelernt habe. Und wenn du eben diese Grundhaltung entwickelst, dass jeder Mensch ein Lehrer für dich sein kann, dann kann man, oder so ging es jedenfalls mir, ich kann wesentlich entspannter auch in die schwierigen Situationen, in die Konflikte mit den Menschen reingehen, weil ich einfach wusste, ich kann hier was draus lernen. Und ein paar von diesen Lektionen waren zum Beispiel, jeder Mensch lebt in seiner eigenen Welt. Erkenne, dass einfach jeder Mensch die Welt durch seine eigene Brille sieht. Und auch du siehst die Welt durch deine eigene Brille. Wie gesagt, du bist nicht erleuchtet, du hast die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, sondern du gehst einfach den Weg, der für dich richtig ist. Und die Welt der anderen Menschen, auch wenn du glaubst, dass wir hier draußen in der anfassbaren Realität alle das Gleiche sehen, das ist nicht der Fall, sondern alles, was wir sehen, alles, was wir wahrnehmen mit unseren fünf Sinnen, diese Dinge sind gefärbt, gefärbt durch unsere eigenen Erfahrungen, gefärbt durch unsere Überzeugungen und so weiter und so fort. Das heißt, jeder Mensch lebt in seiner eigenen Welt. Und du darfst respektieren, dass die anderen Menschen in ihrer Welt vielleicht andere Werte haben als du. Das heißt, wenn dein neuer Wert, der vielleicht neu für dich dazugekommen ist, persönliches Wachstum ist, das aber in der Welt der Menschen in deinem Umfeld eben kein Wert ist, dann respektiere, dass das für sie, ja, vielleicht ist es für sie eher der Wert Sicherheit. Und wenn da Werte aufeinander prallen, die vielleicht sehr konträr sind, dann kann das eben zu Konflikten führen. Aber was du von deiner Seite aus machen kannst, ist das erstens natürlich, dir über deine Werte bewusst zu werden und dann auch zu respektieren, dass andere Menschen vielleicht andere Werte haben und gegebenenfalls deine Werte auch zu kommunizieren. Aber immer von dir zu sprechen, zu sagen, für mich ist persönliche Weiterentwicklung einer der wichtigsten Werte in meinem Leben. Das habe ich jetzt erkannt und es ist okay, wenn es in deinem Leben nicht so ist, aber bitte respektiere auch, dass es in meinem Leben so ist. Also da dieses Thema Werte auch gerne mit in die Kommunikation mit reinzunehmen. Und dann eine der vielleicht schwierigsten Lektionen, die dir die Lehrer in deinem Umfeld beibringen können oder wahrscheinlich irgendwann werden, ist das Thema Vertrauen. Vertraue darauf, dass Beziehungen sich verändern dürfen und vertraue darauf, dass die Menschen, wo wirklich einfach eine Basis da ist, wo eine Liebe da ist, unabhängig von dem, was gerade passiert, dass diese Menschen, auch wenn sie vielleicht im Moment skeptisch sind, auch wenn vielleicht die Beziehung für eine Zeit lang sich ein bisschen entfernt, dass diese Menschen auch zu dir zurückkommen werden. Das braucht manchmal Zeit und es braucht Geduld. Aber das ist eine wunderbare Lektion, wo du daran arbeiten kannst, Vertrauen in das Leben zu haben. Und eine weitere wichtige Lektion ist, nimm nichts persönlich. Auch eine, die sehr, sehr schwer ist, wo ich auch oft noch mit zu kämpfen habe. Aber eine Lektion, ja, in der es einfach darum geht, auch zu erkennen, das, was ich hier schon jetzt häufiger gesagt habe, das, was die anderen über dich sagen, sagt mehr über die anderen als über dich aus. Wenn die Menschen deine Veränderung skeptisch sehen, wenn die Menschen deine Veränderung verurteilen, dann geht es eigentlich eher darum, dass sie irgendwas in sich selbst ablehnen und nicht, dass sie dich als Mensch ablehnen. Und die nächste Lektion, die ich dir mitgeben mag, die, ja, ist für mich eigentlich die Lektion überhaupt, die diesen Pfad der Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität ausmacht. Und zwar, das ist die Lektion des Mitgefühls. Mitgefühl auf allen Ebenen zu entwickeln. Eben auch für die Menschen in deinem Umfeld. Natürlich auch Mitgefühl für dich selber. Aber das Mitgefühl dafür zu entwickeln, dass jeder Mensch auf dieser Erde gerade genau da steht, wo er stehen soll. Ja, jede Seele, die hier auf diese Erde kommt, ganz egal, ob sie in einem Menschen steckt, ob sie in einem Tier steckt, die hat hier ihren Weg. Und auch wenn es manchmal schwer fällt zu akzeptieren, wenn andere Menschen gerade in ihrem Leben feststecken möchten, wenn andere Menschen in ihrem Leben leiden, zum Beispiel dadurch, dass sie im falschen Job sind, dann wird das auf irgendeine im Moment vielleicht noch nicht verständliche Art und Weise seinen Grund haben. Wenn du auf dein eigenes Leben zurückschaust, dann werden auch die Stationen, wo du in dem Moment total gezweifelt hast, die werden Sinn ergeben. Und irgendwie wird auch das Timing Sinn ergeben. Und dafür darfst du Mitgefühl entwickeln, da darfst du Vertrauen entwickeln. Und wenn du anfängst, es so zu sehen, dass jeder Mensch gerade genau da steht, wo er gerade stehen soll, auch wenn du es vielleicht nicht verstehst, dann hilft das auf jeden Fall, dieses Mitgefühl zu empfinden und eben nicht in die Verurteilung zu gehen, sondern einfach anzuerkennen, hey, das ist alles gut, so wie es ist. Und die Person soll eben genau da sein, wo sie gerade ist und ich soll da sein, wo ich bin. Und eben nicht zu versuchen, die Person zu dir zu ziehen, sozusagen. Und eine wichtige Sache mag ich dir noch mitgeben, wenn du zu der Fraktion gehörst, wenn du dich unverstanden fühlst. Wenn es dir einfach unglaublich wichtig ist, dass dein Umfeld nachvollziehen kann, was du gerade durchmachst, wenn du zum Beispiel dir deine eigene Vergangenheit anschaust oder dass dein Umfeld sich dafür begeistert, dass du jetzt die Spiritualität für dich entdeckt hast. Wenn dir das wirklich, wirklich wichtig ist, dann darfst du vielleicht an dieser Stelle etwas im Punkto Lektion Selbstwert lernen. Wenn der Wert deines Tuns und Handelns oder sogar der Wert deiner selbst sich dadurch definiert, wie viel positives Feedback du von außen bekommst, dann ist das vielleicht genau ein, ja sozusagen ein Seitenweg auf dem Pfad, den du gerade eingeschlagen hast, den du dir mal genauer anschauen darfst. Und genau so, und der wird mit ziemlicher Sicherheit auftauchen, der ist jedenfalls bei den meisten Menschen, mit denen ich über dieses Thema gesprochen habe, ist dieser kleine, aber bedeutende Seitenweg aufgetaucht, das Thema Grenzen setzen. Und damit kommen wir dann gleich auch zu dem konkreten Tipps und dem konkreten Umgang mit den Menschen in deinem Umfeld. Aber das Grenzen setzen haben die meisten Menschen nicht gelernt. Und wenn du anfängst, dich zu verändern, dann ist das eine wunderbare Gelegenheit und quasi eine Einladung vom Leben, dich mit dem Thema Grenzen setzen auseinanderzusetzen. Hui, jetzt sind wir hier schon eine ganze Weile dran. Die Do's und Don'ts haben jetzt deutlich länger gedauert, als ich das dachte. Aber da kommt wieder mein Wunsch durch, es so genau wie möglich zu machen. Das ist einer der Pfade, auf denen ich noch unterwegs bin. Nicht, weil ich nicht glaube, dass es dann nicht gut genug wäre, sondern einfach, weil ich so gerne alles weitergeben möchte, was ich selber gelernt habe. Und alle Ideen, die ich zu dem Thema habe. Egal, das kostet gerade wertvolle Zeit, dass ich darüber nachdenke. Kommen wir dazu, wie du ganz konkret mit Menschen in deinem Umfeld umgehen kannst. Und auch da mag ich wieder zwei Gruppen sozusagen unterscheiden. Das sind einmal die Menschen, wo du theoretisch eine Wahl hast, ob und wie viel Zeit du mit ihnen verbringen möchtest oder ob sie überhaupt noch in deinem Leben eine Rolle spielen sollen. Das sind meistens Freunde, aber das kann auch der Partner sein und das können auch die Kollegen sein, wenn es zum Beispiel darum geht, den Job zu wechseln oder zumindest die Abteilung zu wechseln oder so. Und dann gibt es die Menschen, bei denen du eben nicht wirklich die Wahl hast. Also ich glaube, man hat immer eine Wahl, aber natürlich gibt es Menschen, die man vielleicht nicht einfach so aus seinem Leben rauskicken kann oder möchte. Und dazu ist natürlich vor allen Dingen in erster Linie die Familie zu zählen, aber es können vielleicht eben auch die Kollegen sein. Wenn du eigentlich in einem Job bist, wo du total happy bist und der dich erfüllt und dann sind da aber Kollegen, die vielleicht nicht so deine Kragenweite sind, dann sind das vielleicht auch Menschen, mit denen du dann einfach umgehen musst und die du nicht einfach aus deinem Leben verabschieden kannst. Das sind so die zwei Gruppen. Und womit ich rein starten mag, sind die Menschen, wo du theoretisch eine Wahl hast oder wo du eine Wahl hast. Und der erste Gedanke, den ich dir dazu mitgeben mag, ist, verabschiede dich von der All-in-One-Vorstellung, von der All-in-One-Idee, ja, dass eine Freundin, ein Freund alle deine Interessensbereiche teilen muss und deine Welt an sich teilen muss und deine Werte teilen muss. Das meine ich mit der All-in-One-Idee. Sondern du hast vielleicht die Freundin, mit der du einen Kaffee trinken gehen kannst und mit der du über, ja, keine Ahnung, die Klatsch und Tratsch in der Prominentenwelt und Schminke reden kannst, um das jetzt mal ganz plakativ zu sagen. Und dann hast du vielleicht eine neue Freundin aus dem Yoga-Kurs, mit der du über Chakra-Arbeit sprechen kannst. Und dann gibt es eben deine Familie, mit der du über ganz andere Themen widersprechen kannst. Also bei mir ist es jedenfalls so, dass je mehr ich dahin gekommen bin, wirklich das zu leben, was ich bin und das zu leben, was ich wirklich will, dass sich das eher so ein bisschen aufgesplittet hat. Ich glaube, das ist auch eine ganz natürliche Entwicklung, weil einfach unser Horizont im Laufe des Lebens immer breiter wird. Und wir können in den allermeisten Fällen nicht mit einem einzigen Menschen diesen ganzen Horizont teilen, sondern wir teilen immer einen Teil dieses Horizontes. In der Grundschule, da hat man noch quasi den gesamten Horizont miteinander geteilt, aber jetzt, wo du, keine Ahnung, 20, 30, 40, 50 Jahre alt bist, ist dein Horizont natürlich deutlich breiter und deine Interessen sind viel gefächerter und deine Erlebnisse, deine Werte und so weiter und so fort. Und ich finde es ehrlich gesagt bereichernd, dass ich Freunde habe, mit denen ich das eine machen kann, dass ich Freunde habe, mit denen ich das andere machen kann. Und dann gibt es vielleicht Freunde, mit denen ich ein etwas größeres Stück dieses Horizontes teile und dann gibt es vielleicht auch welche, mit denen ich nur ein winzig kleines Stück von dem Horizont teile, die ich dann vielleicht einfach nicht so oft sehe. Und wenn du anfängst, dich von dieser Idee zu lösen, dann nimmt das schon ganz, ganz viel Druck raus. Und vermutlich war das ja auch schon vorher der Fall, bevor du angefangen hast, dich mit Persönlichkeitsentwicklung oder Spiritualität auseinanderzusetzen, dass du die eine Freundin hast, mit der du zum Sport gegangen bist und mit der anderen bist du Kaffee trinken gegangen und mit dem Kumpel bist du ins Kino gegangen oder so. Das gab es vermutlich schon vorher. Aber dir das nochmal bewusst zu machen, kann auf jeden Fall hilfreich sein. Und bei den Menschen, wo du glaubst, dass du auf jeden Fall eine Wahl hast, zu entscheiden, ob die weiter eine Rolle in deinem Leben spielen und wenn ja, wie groß diese Rolle ist, da kannst du erst einmal schauen, wie wichtig sind dir diese Menschen wirklich. Sind das Menschen, wo du vielleicht eher schon so das Gefühl hast, aus einem Pflichtbewusstsein heraus mit denen befreundet zu sein oder sind das wirklich Menschen, die dir echt am Herzen liegen. Und dann darfst du auch meiner Ansicht nach deine Bemühungen diesbezüglich anpassen. Wieso wahnsinnig viel Zeit und Energie auf Menschen verwenden, die dir eigentlich nichts bedeuten, sondern mit denen du Zeit verbringst, weil es zum Beispiel die Kollegen sind und du das Gefühl hast, es wird von dir erwartet. Oder weil es die Freundin ist, mit der du früher mal so super viel geteilt hast, ihr aber heute eigentlich nichts mehr gemeinsam habt und nur aus der Angst, diese Freundschaft wirklich gehen zu lassen, wirklich enden zu lassen, noch aneinander hängt und einander Zeit und Energie nehmt. Ich wollte gerade Rauben sagen, aber eigentlich möchte ich das nicht benutzen, das Wort. Und schau immer, wie du dich, guck nicht auf die anderen Menschen, sondern schau auf dich selber, schau, wie du dich nach den Treffen mit den Menschen in deinem Umfeld fühlst. Schau, wie du auf den Kontakt reagierst, wenn Menschen dich anrufen. Ja, was ist so der erste Impuls? Ist so, oh, wie schön, die meldet sich oder ist es mir so, oh nee, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Dieser aller, allererste Impuls, das ist deine Intuition und wenn die auf Menschen reagiert mit einer, ja, Ablehnung in irgendeiner Art und Weise, dann sind es wahrscheinlich Menschen, die dir gar nicht so wichtig sind und dann sind das Menschen, wenn die Vorwürfe gegen deine Weiterentwicklung hegen oder dir einen Kopf werfen, die Menschen dürfen dann vielleicht einfach aus deinem Leben verschwinden. Und ich mag nicht unbedingt dieses Wort, das habe ich gerade bei dem Rauben auch schon so gezögert. Es gibt in der Persönlichkeitsentwicklungsszene diesen Begriff der Energiewampire. Das heißt, Menschen, mit denen du dich triffst, wo du das Gefühl hast, hinterher weniger Energie zu haben als vorher. Aber auch das ist, finde ich, schon wieder eine Bewertung und deshalb möchte ich es eigentlich ungerne verwenden. Aber bei den Menschen, wo du eher ein Nein-Gefühl hast, da kannst du anfangen, den Kontakt einfach zu minimieren. Vielleicht geht man trotzdem einmal im halben Jahr einen Kaffee trinken und tauscht sich mal aus, was gerade so passiert im eigenen Leben, aber man trifft sich eben vielleicht nicht mehr jede Woche. Oder du kannst den Kontakt komplett ausschleichen lassen. Ich weiß, dass es bei mir mit manchen Menschen auf ganz natürliche Art und Weise gekommen ist, weil wir uns einfach auseinanderentwickelt haben. Wie gesagt, manchmal steigen Menschen in deinen Lebenszug ein und dann noch wieder aus. Und das war vielleicht auch, weil die andere Person sich auch verändert hat, aber eben in eine ganz andere Richtung. Und wo ich auch gar nicht das Gefühl habe, dass das irgendwie, ja, dass das mir noch nachhängt. Und dann kann es aber auch sein, dass es vielleicht Freundschaften, Bekanntschaften gibt, wo es sozusagen ein klares Schlussmachen erfordert. Wo es wirklich darum geht, einen Schlussstrich zu ziehen. Und da kommt natürlich das Thema Grenzen setzen auch ganz extrem rein. Dass du halt einfach sagst, so hey, hier ist meine Grenze und ich fühle mich auch nicht schlecht, wenn ich einem anderen Menschen sage, dass ich nichts mehr mit ihm zu tun haben möchte. Da macht natürlich der Ton die Musik. Aber einfach für dich zu erkennen, wo ist meine Grenze und was bin ich bereit, in eine Freundschaft zu investieren? Und wo ziehe ich die Grenze dafür, was mir eben nicht mehr gut tut? Und zu lernen, diese Dinge auch zu kommunizieren, was natürlich eine Herausforderung sein kann. Und dann, wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, dass du dich von Menschen in deinem Leben trennst, dann erlaubt dir auch den entsprechenden Trennungsschmerz. Sag nicht, oh ja, war ja nur eine Freundin, war ja jetzt keine Partnerschaft oder so. Auch in Freundschaften ist Trennungsschmerz erlaubt. Sieh das nicht irgendwie anders als eine Partnerschaft. Und bei den Menschen, wo du sagst, ja, die sollen weiter in meinem Leben bleiben, die sollen weiter eine Rolle spielen, diese Menschen, wenn du das Gefühl für die hegst, ist es meistens auch, basiert es auf Gegenseitigkeit. Und diese Menschen, die lieben dich eh für den Kern, der du schon immer gewesen bist und vielleicht sogar auch Teile von dir, die du selber gar nicht so anerkennen kannst. Und vertraue darauf, auch wenn diese Menschen vielleicht am Anfang mit deiner Veränderung ein Problem haben, dass, wenn sie dich wirklich lieben, dafür, dass du einfach bist, wie du bist, dass sie auch sich an diese Veränderung gewöhnen werden. Und such da auch gerne das Gespräch. Wenn du wirklich das Gefühl hast, das ist eine Basis da, dann such das Gespräch und erkläre einfach, was dir die Dinge bedeuten. Sag nicht, das haben wir eingangs schon mal gehabt, das ist auch für dich ganz toll, sondern sag einfach, was dir das bedeutet, dich persönlich weiterzuentwickeln. Was es dir bedeutet, jetzt mit Yoga oder Meditation oder was auch immer anzufangen. Und wenn diesen Menschen etwas wirklich an dir liegt, wenn sie wirklich dich als Mensch lieben, dann wird es ihnen auch wichtig sein, dass du diese Dinge teilen kannst beziehungsweise es ist ihnen wichtig, dass du da was für dich gefunden hast, was dir am Herzen liegt. Und es ist ihnen einfach wichtig, dass es dir gut geht. Und wenn sie dann im Laufe der Zeit sehen, dass diese Dinge dir gut tun, und da sind wir wieder bei überzeugt durch Ergebnisse, nicht durch Worte, wenn sie wirklich merken, dass dir diese Dinge gut tun, dann werden sie die Sachen auch akzeptieren. Und natürlich ist es auch eine Möglichkeit in so einem Gespräch dann gewisse Regeln zu schaffen. Wenn du zum Beispiel am liebsten die ganze Zeit nonstop nur über Yoga sprechen würdest, die andere Person hat damit aber überhaupt nichts zu tun und interessiert sich auch nicht dafür, ist aber froh für dich, dass du es für dich gefunden hast, dann könntet ihr zum Beispiel sagen, so hey, wir haben in unserem Gespräch einfach fünf Minuten, da kannst du irgendwie über Yoga erzählen und danach ist das Thema aber auch gegessen. Dass ihr im Gespräch gemeinsam da eine Lösung findet, falls es so sein sollte, dass die andere Person von deinen Erzählungen genervt ist. Das merkt man ja eigentlich, wenn man ein bisschen aufmerksam ist, ein bisschen achtsam ist, dann merkt man das, wenn das Gegenüber auch genervt ist. Und dann kannst du auch nachfragen, hey, nervt dich das? Dann rede ich weniger davon. Schaff da einfach klare Regeln, falls es notwendig ist. Und als letzten Gedanken dazu mag ich dir noch mitgeben, überprüf da immer wieder mal deine Prioritäten. Gerade, wenn du vielleicht gerade auf der Persönlichkeitsentwicklungs Überholspur bist, dann prüf immer mal wieder deine Prioritäten, weil es passiert dann auch mitunter mal, dass Menschen, wo du vor einem halben Jahr noch gesagt hast, hey, es ist super, dass sie in meinem Leben sind und wir haben wieder eine gemeinsame Basis gefunden, dass sich das dann vielleicht noch ändert, je weiter du dich veränderst. Aber muss nicht sein. Aber das ist einfach, entwickle deine Achtsamkeit eben auch für dich, für deine Energie. Aus welchen Treffen eben kommst du mit Energie raus und bei welchen Treffen hast du das Gefühl, dass es dir eigentlich schlechter geht als vorher. Und dann mag ich noch zwei, drei Sätze kurz zum Thema Partnerschaft sagen. Natürlich ist es bei einem Partner, also in einer romantischen Beziehung, noch schwieriger als bei einem Freund, wobei das vielleicht auch ein bisschen personenabhängig ist und vielleicht auch davon abhängt, wie lange die Beziehung schon dauert, wie intensiv sie war und so weiter und so fort. Aber da fällt natürlich die Entscheidung noch ein bisschen schwieriger, sich aktiv von einer Person zu trennen. Und das ist ja auch der Zusammenhang, wo wir dann auch im Volksmund sozusagen von einer Trennung sprechen. Und ich glaube, dass sich zwei Menschen lieben können, dass aber trotzdem es sein kann, dass die gemeinsame Basis für eine Beziehung, die sicherstellt, dass so eine Beziehung auch im Alltag funktioniert, dass die trotzdem fehlen kann. Und natürlich kann es sein, wenn du jetzt dein Leben so drastisch veränderst, dass sich die Dinge, die dir in einer Partnerschaft wichtig sind, auch verändern. Und dann kann es sein, wenn dein Partner eben nicht auf diesem Weg mit dir unterwegs ist. Und auch da macht es keinen Sinn, diesen Partner mitziehen zu wollen, sondern da kannst auch du wieder nur vorleben, ohne zu missionieren und schauen, ob dein Partner eben mitzieht oder nicht. Und sollte sich das zu weit auseinander entwickeln, dann ist es vielleicht auch so, dass dann die Haltbarkeit dieser Beziehung ihr Ende gefunden hat. Und wenn einer deiner neuen Werte eben ist persönliches Wachstum und wenn du dir wünschen würdest, eben auch mit deinem Partner gemeinsam in der Beziehung zu wachsen, für deinen Partner ist aber der wichtigste Wert in der Beziehung Sicherheit und Beständigkeit, dann führt das natürlich zu Streit und Stress. Das ist klar. Und keiner von euch beiden kriegt das aus der Beziehung raus, was er sich eigentlich wünscht. Und das ist natürlich eine harte Erkenntnis, dahin zu kommen, dass sowas dann nicht mehr passt, auch wenn vielleicht die Liebe eigentlich noch da ist, wenn aber eben die gemeinsame Basis so unterschiedlich geworden ist, dass es einfach im Alltag nicht mehr handelbar ist. Ja, und dann kommen wir jetzt noch zu den Menschen, da, wo du vielleicht weniger eine Wahl hast. Und wie gesagt, meistens ist das die Familie, manchmal auch die Kollegen. Das Erste, was ich dir da mitgeben mag, ist, ein bisschen zu filtern, wem du was erzählst. Wenn du schon aus deiner Erfahrung heraus weißt, dass es Menschen in deiner Familie gibt, in deinem Kollegenkreis gibt, die mit Veränderungen, ganz egal, was es für Veränderungen auch in deiner Vergangenheit zum Beispiel gewesen sind, die damit ein Problem haben oder dass es Menschen sind, die besonders hohe Erwartungen an dich haben, da vor allen Dingen oft auch die Eltern, an diesen Stellen erstmal ein bisschen abzuwarten. Und vielleicht nicht alles, das, was du gerade in deinem Leben veränderst, ihn immer brühwarm zu servieren, sondern dass du ein bisschen Zeit verstreichen lässt. Und da komme ich nochmal zu dem Beispiel zurück. Ganz am Anfang habe ich davon gesprochen, wenn du deine Ernährung umstellst und dich am Anfang erstmal von Lebensmitteln fernhältst, die du nicht mehr essen willst, weil die Versuchung einfach sonst zu groß ist und es einfach eine Zeit lang braucht, bis du in deiner neuen Gewohnheit gefestigt bist, dann kannst du das auch transferieren auf diese Situation, dass es einfach eine Zeit lang braucht, bis du mit dem Thema Spiritualität oder persönliche Weiterentwicklung oder vielleicht der Entscheidung, deinen Job zu kündigen oder der Entscheidung auszuwandern oder so, bis du damit gefestigt bist. Und wenn du gefestigt bist, dann erzähl auch den Kritikern davon oder da, wo du vermutest, dass es Kritiker sind. Weil dann fällt es dir deutlich leichter, eben bei deiner Entscheidung zu bleiben und davon nicht abzukommen. Und du hast dir über alle Aspekte im Zweifelsfall schon Gedanken gemacht und hast andere Argumente, mit denen du arbeiten kannst. Und auch hier hab das Mitgefühl, gerade wenn es eben sich um deine Eltern auch handelt, die einfach Sorge um dich haben, freu dich darüber, dass du Eltern hast, die sich um dich sorgen. Es gibt Menschen, die haben diese Eltern nicht mehr oder hatten sie nie. Auch wenn es manchmal schwerfällt, ja, unter, ich weiß, dass für manche Menschen auch in meinem Umfeld ist es eine Last, diese Sorge ihrer Eltern. Ich empfinde es als Geschenk. Und wie gesagt, ich habe aber auch das Glück, dass meine Eltern mich unterstützen. Aber, ne, schau einfach, filter ein bisschen, wem du was, wann erzählst. Auch zu deinem eigenen Schutz, um eben nicht hinter deine getroffenen Entscheidungen zurückzufallen. Und beim Stichwort Kommunikation mit diesen Menschen, die einfach weiter Teil deines Lebens sein werden, mag ich dir das Stichwort gewaltfreie Kommunikation mitgeben. Das würde jetzt viel zu weit führen, das hier aus, zu klamüsern, wie genau das funktioniert. Das Wichtigste, was ich dir aus dem Konzept von Marshall Rosenberg, ich werde das Buch von ihm auch mal in den Shownotes verlinken, was ich dir da mitgeben mag, ist, dass du, und das habe ich ja auch schon häufiger gesagt, sprich von dir, sprich von deinen Gefühlen. Und auch, wenn dir Vorwürfe entgegengeschleudert werden sollten von den Menschen in deinem Umfeld, reagiere eben nicht mit Vorwürfen zurück. Das ist dann so wie Kinder, die sich im Sandkasten mit Sand bewerfen. Sondern wenn zum Beispiel jemand sagt, du bist gar nicht mehr meine Tochter, ich erkenne dich überhaupt nicht mehr wieder. Also wenn das deine Eltern sagen. Dass du dann nicht sagst, so, ja, aber ich bin immer noch meine Tochter und überhaupt hast du kein Verständnis dafür und so weiter und so fort. Sondern, dass du vielleicht eher sowas sagst wie, hey, es macht mich traurig, dass es für dich nicht okay zu sein scheint, dass ich mich verändere. Dass du von deinen Empfindungen sprichst, das hat einen ganz anderen Ton, als wenn du dein Gegenüber angreifst. Das ist nur das absolute, absolute, absolute Basic-Verständnis der gewaltfreien Kommunikation. Das ist ein sehr komplexes, sehr hilfreiches Konzept, was aber auch sehr, sehr schwer durchzuführen ist. Aber man kann es sich trotzdem mal angucken, weil man auch, wenn man es nicht 24-7 in seinem Leben aufrechterhalten kann, trotzdem viel auf jeden Fall für sich daraus mitnehmen kann. Und ich glaube, gerade in Bezug auf die Familie, jedenfalls aus meiner Überzeugung heraus, das Wichtigste ist, liebe sie. Ganz egal, wie sie vielleicht anders sind als du, lieb sie einfach dafür, wofür du sie schon immer geliebt hast. Und wenn es dir gerade in solchen Situationen, wo dir dann vielleicht Vorwürfe gemacht werden, schwerfällt, dankbar dafür zu sein, dass es diese Menschen in deinem Leben gibt, dann sei gerade bezogen auf deine Eltern dankbar dafür, dass sie dir das Leben geschenkt haben. Sonst könntest du diese Veränderungen nämlich jetzt nicht machen. Dann wärst du gar nicht hier. Aber auch, wenn es eben um deine Geschwister oder andere Verwandte oder so geht oder sehr, sehr enge Freunde, wo du ja vielleicht durch irgendwelche Konstellationen in Anführungsstrichen dazu gezwungen bist, Zeit mit denen zu verbringen, wenn ich glaube, dass du da, wie gesagt, immer die Wahl hast oder eben auch die Kollegen. Schätze und liebe die Menschen in deinem Umfeld für die Dinge, die du schon vorher, bevor du angefangen hast, dich zu verändern, an ihnen geschätzt und geliebt hast. Und fokussiere dich auf diese Wertschätzung und auf diese Liebe und eben nicht auf die Vorwürfe und das Unverständnis, was dir vielleicht im Moment entgegenspringt. Und du wirst irgendwann auch dahin kommen, dass es dir leichter fällt, dich vor solchen Dingen zu schützen beziehungsweise sie auch ein Stück weit an dir abperlen zu lassen. Wenn du anfängst, dich ein bisschen mit Energien auseinanderzusetzen, dann wirst du vielleicht was darüber lernen, wie Menschen sich energetisch miteinander verbinden, ohne es auch mitzubekommen, ohne jemals über Energie nachgedacht zu haben. Alle Menschen, sobald sie in irgendeiner Form in Interaktion treten, verbinden sich energetisch. Und wenn du darüber ein bisschen was lernst, dann kannst du eben auch lernen, wie du dich ganz unauffällig und diskret vor fremden Energien schützen kannst. Und, aber das ist vielleicht ein bisschen vorgegriffen, sozusagen. Das ist was, das kannst du nur durch eigene Erfahrungen auch lernen. Natürlich gibt es da ein Stück weit eine Technik für, aber man muss es einfach erst spüren können, um dann auch wirklich damit arbeiten zu können. Aber das mag ich dir nur so als kleinen Ausblick mitgeben. Und vielleicht kommst du dann auch irgendwann an den Punkt, gerade mit den Menschen, die einfach weiter Bestandteil deines Lebens sind, auch wenn sie deine Ansichten nicht teilen, dass du sogar dankbar für diese Menschen bist. Nicht nur, weil jetzt vielleicht deine Eltern dir das Leben geschenkt haben, sondern weil, wenn du sehr so in deiner Bubble lebst und alle Menschen, die anfangen, intensiv in Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität einzutauchen, neigen, zumindest für eine Zeit lang dazu, sehr in ihrer Bubble zu bleiben. In ihrer Bubble aus Seminaren, wo man Luftballons durch die Gegend schmeißt oder ihre Bubble, Yoga-Bubble oder Bubble-Chakra-Arbeit oder whatever, deine Bubble so ist. Und dass du aber vielleicht durch diese Bubble so ein bisschen den Kontakt zu, ja, zum Mainstream, sage ich jetzt mal, verlierst. auch wenn es sich natürlich glücklich und zufrieden in dieser Bubble lebt und mir ist es am allerdeutlichsten auf Bali geworden, ist natürlich trotzdem ein Leben, was außerhalb dieser Bubble stattfindet. Und auch hier finde ich es schwierig zu bewerten, weil manchmal muss man vielleicht einfach, um auch die eigene Energie zu schützen, in dieser Bubble drinnen bleiben. Aber je weiter du eben dahin kommst, diese Energie auf andere Art und Weise schützen zu können, als sich nur von Menschen abzukapseln, desto mehr wirst du eben auch wieder in diese Welt da draußen in Anführungsstrichen rausgehen. Und bei mir ist ganz extrem eben auch der Wunsch dadurch entstanden, mehr aus dieser Bubble in die Welt reinzubringen, ohne es jetzt den Leuten aufzudrücken. Aber so ist zum Beispiel dieser Podcast entstanden, einfach Menschen zu inspirieren. Und du wirst dann für diese irdischen Verbindungen, nenne ich sie jetzt mal, zu den Menschen, die einfach so ganz bodenständig sozusagen sind und mit diesen ganzen Themen rund um Weiterentwicklung und Spiritualität nichts zu tun haben, für diese Verbindungen sogar irgendwann dankbar sein. Weil manchmal wird es einem in der Bubble eben auch zu viel oder zu zu sehr Wuh-Wuh und zu sehr ich bin im Kopf und schweb sonst irgendwo. Und da ist es manchmal echt ganz heilsam zu Menschen zu kommen, sei es jetzt deine Eltern, sei es deine Geschwister, sei es Onkel, Tanten, Omas, Freunde oder wer auch immer, die mit diesem ganzen Kram überhaupt nichts am Hut haben. Wo es einfach um die ganz alltäglichen Dinge im normalen Leben geht. Und dass diese Ansichten, die ja irgendwann auch wieder als neue, zusätzliche Perspektiven, sozusagen als alte, neue Perspektiven dienen können, um dich selbst so ein Stück weit auf der Erde zu halten und nicht mit der Spiritualität sonst wohin zu fliegen. und eben auch mal in einem Gespräch über Schminke reden zu können, statt über das verletzte innere Kind oder so. Kann auch wirklich ganz erholsam sein zwischendurch. Und bevor wir jetzt diese hier vermutlich längste Solo-Episode, die es jemals gab, im Neuanfang-Podcast zum Ende bringen, mag ich dir noch einen ganz kleinen Ausblick auf das geben, was hinter dem Gegenwind auf dich wartet. Diesen Gegenwind, wie gesagt, die meisten Menschen kommen irgendwann dahin in mehr oder weniger großer Intensität, diesen Gegenwind aus dem Umfeld zu erfahren, wenn sie anfangen, sich selbst zu verändern. Aber glaub mir, es gibt eine Welt dahinter. Und es ist so, wenn du anfängst, dich auf diesen Weg zu machen, den Weg der Spiritualität, der persönlichen Weiterentwicklung, dann bist du eigentlich immer auf der Suche nach Verbindung. Sei es die Verbindung zu dir selbst, sei es die Verbindung zu was Höherem, sei es die Verbindung zu irgendeiner Art von Community. Aber das, was erst mal passiert in diesem Moment, wo du anfängst, dich zu verändern, ist eigentlich eher eine Trennung. Und das ist vielleicht das, was du gerade jetzt durchmachst, wenn dieser Gegenwind aus deinem Umfeld kommt. Du wünschst die Verbindung und was du kriegst, ist erst mal Trennung. Und das erzeugt natürlich Frust. Keine Frage. Aber das wird sich umkehren. Das ist das, was ich ganz am Anfang meinte mit dieser Pendelbewegung. Es wird erst mal, ist vielleicht eine Abgrenzung nötig, aber dann kann daraus umso mehr und so tiefer auch eine Verbindung entstehen, sei es jetzt mit den gleichen Menschen oder mit neuen Menschen. Und wenn du dahin kommst, vor allen Dingen die Verbindung zu dir selbst wahrhaftig herzustellen und in diesem wahrhaftigen Inneren, da ist halt nur Liebe. Und wenn du anfängst, nur noch aus dieser Liebe, aus dem Inneren heraus zu handeln und hier kurz ein paar Worte der Realität, ich bin da auch noch lange nicht, obwohl ich schon lange dran arbeite. Es gibt Momente, wo ich da bin und das sind wunderschöne Momente. Aber egal, wem du begegnest und egal, was dir begegnet, wenn du dahin kommst, dass du aus deinem tatsächlichen Inneren heraus handelst, wenn du mit deinem Herzen, mit deiner Seele, mit dir selbst verbunden bist, dann kommst du eben dahin, dass es ganz egal, was dir begegnet, du kannst dem offen gegenüber sein und du kannst erkennen, du wirst erkennen, dass es eben nicht nur Schwarz und Weiß gibt. Es gibt nicht spirituell und nicht spirituell. Es gibt nicht weiterentwickelt und nicht weiterentwickelt. Sondern es gibt zwischen Schwarz und Weiß gibt es ganz, ganz viele Graustufen. Und es gibt eben auch kein richtig und kein falsch, sondern es gibt nur für einen einzelnen Menschen passend oder nicht passend. Und deshalb ist eben auch dein Weg nicht unbedingt für alle anderen der richtige Weg. Und wenn du aber für dich auf diesem Weg bleibst, auf dem für dich passenden Weg, dann wirst du eben dahin kommen, dass du diese Verbindung zu dir spürst und dass du das Bedürfnis hast, aus Liebe statt aus Angst heraus zu handeln, aus Liebe gegenüber allen Lebewesen, gegenüber auch dem Eins, was alle Lebewesen sind und dass du nicht aus der Angst heraus herhandelst, Menschen zu verlieren, aus der Angst heraus nicht gesehen zu werden, nicht anerkannt, nicht gehört zu werden, nicht geliebt zu werden. Und das ist ein wunderschöner Ort. Wie gesagt, ich glaube, dass das für die nicht Erleuchteten, was die allermeisten hier unten auf dieser Erde sind, immer wieder ein Struggle bleiben wird, aber es wird einfacher. Und das mag ich dir so als Aussicht mitgeben. Und es werden neue Menschen und eine ganz neue Qualität von Beziehungen auf dich warten. Wenn du anfängst, dich zu verändern, dann wird sich eben dein Umfeld auch verändern, was am Anfang vielleicht wehtut, was aber dazu führt, dass du Gleichgesinnte kennenlernst, die auf einem ähnlichen Weg wie du unterwegs sind und wo du viel schneller auch in eine viel stärkere, größere Tiefe mit diesen Menschen kommst in den Beziehungen, wenn du anfängst, eben die Oberfläche zu verlassen und wirklich zu graben und zu sagen, dann hast du, also in dir selbst zu graben, dann wirst du auch eine ganz andere Tiefe mit anderen Menschen erreichen und das eben oft auch viel, viel schneller. Da wartet eine ganz neue Qualität auf dich und hab das einfach vor Augen und vertraue darauf, dass das kommen wird, auch wenn es sich gerade noch nicht so anfühlt, dass es jemals kommen wird. Und dann kommst du eben vielleicht auch irgendwann an den Punkt, wo du das Bedürfnis hast, andere Menschen zu inspirieren. Und sei es jetzt mit Inhalten, so wie ich es jetzt hier mit dem Podcast mache oder auch einfach mit dem Weg, wie du lebst, wie du täglich deine Entscheidungen triffst, wenn nämlich diese Entscheidungen aus Liebe heraus getroffen werden und wenn du Menschen anlächelst, anstatt dich über sie aufzuregen, kann die Kassiererin im Supermarkt sein oder so und das kann der Briefträger sein oder es kann eben deine Familie sein, aber wenn du anfängst, aus diesem Ort in dir selbst heraus, aus diesem Ort der Liebe zu leben, dann ist das alleine schon eine Inspiration für die Menschen in deinem Umfeld, aber auch für alle anderen Menschen da draußen, denen du noch nie begegnet bist. Und das ist da, wo die eigentliche Magic dann passiert. Und insofern, ja, längste Podcast, Solo-Episode ever, aber es ist einfach auch ein wahnsinnig, wahnsinnig wichtiges und ein wahnsinnig umfangreiches Thema und ich hoffe sehr, dass dir die Ideen, sowohl die inspirierenden Gedanken, die philosophischen Ideen, die spirituellen Ideen aus dieser Episode geholfen haben, aber eben auch die Hands-on-Tipps und ich würde mich mega dafür interessieren, wie das bei dir läuft oder gelaufen ist. Teile das sehr, sehr gerne unter dem Post auf Instagram zu dieser Episode, wie es dir da gerade ergeht oder wie es dir in der Vergangenheit ergangen ist mit deinem Umfeld und ob es da Gegenwind gegeben hat, was du dabei getan hast, wie du ruhig geblieben bist, inwiefern sich dein Umfeld verändert hat. Teile das alles sehr, sehr gerne. Ich freue mich da auf dein Feedback und dann machen wir jetzt hier finally, finally den Sack zu. Ich danke dir sehr, dass du dir die ganze Episode bis hierhin angehört hast. Ich weiß, dass zumindest für Susan, der die Episoden oft zu kurz sind, um damit ihre langen Strecken zu laufen, das auf jeden Fall gefallen wird, dass das so eine extrem lange Episode geworden ist als Antwort auf ihre Frage. Aber ich hoffe, auch du, wie gesagt, hast Spaß gehabt, hast was für dich mitgenommen, bist inspiriert und ja, ich freue mich sehr, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Das soll es gewesen sein. Die Shownotes zu dieser Episode mit dem Buch von Marshall Rosenberg, dem Interview von Wanda und dem, ja, der Möglichkeit, Teil des Team Neuanfang zu werden, die findest du unter www.happyplanties.de slash Episode 127. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dabei warst und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wiederhören. Und wenn es in deinem Umfeld Menschen gibt, denen der Neuanfang-Podcast auch Mut machen könnte, dann erzähl ihnen super gerne davon oder teil den Podcast via Social Media. Denn je mehr Menschen ihr Leben hin zu mehr Erfüllung transformieren, desto mehr können wir alle gemeinsam auf der Welt bewegen. Und weil es mich wahnsinnig interessiert, was du in deinem Leben schon transformiert hast oder was gerade deine größten Herausforderungen dabei sind, kann ich es kaum erwarten, mich mit dir dazu auszutauschen. Und am besten geht das, wenn du bei Instagram zum Post dieser Episode einen Kommentar schreibst. Und du findest mich dort unter Ich bin Sarah Heinen. Alles zusammen, alles klein und Sarah ohne Haar. Und jetzt wünsche ich dir einen Tag voller Wunder und schicke dir eine Riesenportion Mut für deine Transformation. Fang an zu wachsen und blüh auf.